Bosshafte Weihnachten. Also der Klößchen wünscht euch erstmal bosshafte Weihnachten, meine kleinen Freunde. Und morgen ist ja schon ein neues Jahr, ihr Bengels. Also ist sozusagen ein Special 2012, meine Freunde. Und ich verdiene Einladungen nicht. Würde sich verarschen. Jetzt hat er. Ach, hier ist übrigens der bärtige Björn. Wir spielen jetzt FIFA, wie ihr schon gehört habt, Klößchen ist dabei. Grüßt euch alle. Das war ja das Ultra-Intro des Jahrtausends. Seid ihr hoffentlich schon gut drauf eingestimmt? Wie nehmen wir denn, Klößchen? Ich wollte Manchester City nehmen. Ah komm, willst du ja, dann nehme ich lieber Real Madrid, oder? Bevor dann noch was schief geht. Ne, warte, ich zeig dir, wen ich nehme. Jetzt nehme ich Juve, oder was? Jetzt nehme ich Juve. Die Eissschame, die bauen euch jetzt erstmal richtig durch. Ja, dann nehme ich halt irgendwie einfach so... Man City, die wolltest du nehmen. Ja, ein Scheichverein, oder? Ich habe Kohle im Arsch und du hast gar nichts. Alter, die Trikots schon entgellos. Naja. Oh, geil, Pink! So, welche Trikots nehmen wir denn heute? Meine Bengels, Freunde hier, da draußen. An alle, die mich hören. 8. Februar 2013, es ist bald soweit. JPEG 2, der Banger und der Boss. Es wird heiß erwartet. Also kauft es euch. Und wie wäre es, wenn du Start drückest? Ja, okay. Björn, mein Freund. Kann ja eh nichts verändern an einem Drecks-Team hier. So, vorhin musst du dich in Call of Duty abziehen, jetzt... Alter, ich habe so viele Gameplays, wo du so schön verkackt hast. Die werden alle noch kommen, da soll ich jetzt... Das lügt nicht. Aber heute war es euch gut. Muss man dir mal so lassen. Weißt du, was ich in dem Spiel immer mache? Ich bin sonst Prestige-Master. So, immer schönartig sein. Oh, jetzt pass mal auf. Pass mal auf hier. Was habe ich überhaupt für eine Aufstellung? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie so eine Grattel-Aufstellung. Erstmal Spielaufbau, meine Freunde. Ja, hier, ich bin schon voll am Zittern. Soll ich mauern? So richtig italianisch. Echt? Ein bisschen Catenaccio. Oh nein, direkt steil! Chuvinco! Mist. Lappig. Ich dachte, dass du genauso scheiße bist wie ich, aber scheinbar... Was war das denn? ... bin da Patricks einfallen lassen heute. Kommt und sehen! Das hätte ich... Das war... Grand! Ey, Schiri! Walut, hellig, äh... Ja, etwas gegen Ausländer, Mann, ich weiß es. Ja, hier nichts mit Ital... Hier nichts mit England-Fußball, ne? Wir spielen den Italiener Schwuchtel, weil... Ja, komm, spiel... So wie die Gasse! Ich hack dich eh um, Junge. Oh, wovon? Komm, an dem kannst du eh nicht... Ja, ich schieb dich mit. Ja, mach halt. Oh, Traum! Traum! Das kann nur noch ein Tor werden. Stark. Ja, ist Schiri gut gesehen. Da muss eigentlich schon der gelbe Karton kommen. Ja, hier mal gleich mal klare Fäden zu schaffen. Oh, Mist. Es sind bosshafte Weihnachten. Schau, Mann. Wenn das oben ist, ist es wahrscheinlich schon ein Neujahr irgendwie so... Schick durch, mein Freund. Samir. Samir. Oh. Oh, oh, fuck. Was? Goal! Was? Warte, 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 ich mach den Balotelli. Was? Mach doch den Balotelli, du Schwanz. Ich lass Balotelli nicht mal spielen. Balotelli ist auf der Bank, aber das Tor war irgendwie hübsch. Ja, ich hab's geschossen, was denkst du das? Aber hier, Björn kann doch nicht für seinen eigenen... Somit Heimvorteil kann doch Björn hier jetzt nicht verlieren. Ja. Alter, das ist ne Brästname. Der wird auswechseln. Der wird in den anderen drei Saisons. Gib mir mal den Ball, ich muss den Typen auswechseln. Oh, oh, doch nicht. Oh, Traum. Pirlo. Pirlo, was ist für ne Schuchte? Der schießt kein Tor. Aber er. Ich wollte mal ein Lupfer-Tor machen, aber das würde ich jedes Mal und verkackt jedes Mal wieder. Ich nicht, ich hab Lupfen drauf. Ich nicht. Ich hab noch nie ein Lupfer-Tor gemacht im FIFA 13. Aber der Abschluss, der passt. Hä? Warum pfeift der ab? Was für faul, alter. Der ist doch bestochen. Alter, Cialini, erst bringt mal das Ding hoch rein. Perfekt. Perfekt. Da soll der hin. Und dann bam. Und dann aus dem Rückraum, bam. Voll in die Fresse. Der steht nicht mehr so schnell auf. Dann gleich noch mal Pirlo. Oh, schön gehalten. Joe Hart hat einen harten. Oh, Pirlo, der hat einen Eck drauf, oder? Oh, Traum. Oh, Traum. Vincent. Jetzt, was soll denn das, Mann? Fast. Schiller, Alter. Klappes Ding. Er versucht doch kurz, oh Mann. Alter, ich hab viel zu lang kein FIFA gespielt. Das ist hier nicht so passend. Ich bereite mich schon auf der Torschreitur. Oh, nichts, nichts. Er ist doch... Gleich mal links raus. Und dann geht Asamoah ab. Asamoah ist doch bestimmt gut, oder? Der ist schwarz, also er ist schnell. Fick dich. Fick dich. Nur weil ich voll offensichtlich spiele, muss mir nicht den Ball abnehmen. Doch. Hey, äh, ja. Oh, was denn, Mann? Schon wieder beschweren, aber Buffon ist ja noch da. Buffon hält den Kasten sauber, bis auf einmal. Äh, äh? Hä? Was ist das denn? Bitte, kenne ich mal mehr. Das ist Wacken, mein Freund. Was ist Wacken? Junge. Alter. Nie. Nie. Und direkt schnell raus. Gar nicht lange Zeit vertrödeln. Mann, es fehlt einfach Ballotelli vorne im Sturm. Oh, Traum. Oh, Traum. Traum. Nee, zu weit. Dieser Doppelpass. Hat er Wacken gewesen. Hätte ich Volley genommen. Und dann den nur noch reingehackt. Jetzt hier, meine Freunde. Was soll denn? Oh, jetzt fängt ganz zu zaubern. Mist. Jetzt wird erstmal eine Combo rausgesprayt vom anderen Stern. Ja, vom anderen Stern. Ja, vom anderen Stern. Meine Fresse, die könnte ich mal einen Pass spielen. Schiedsrichter, das ist frei. Vidal. Hey, der war doch bei Leverkusen. Ja. Was fällt dem ein, einfach so zu wechseln aus? Deutschland! Stimmt, Gott, dein Reich. Vielleicht sollten wir nicht so... Nazi. Sprüche bringen hier. Oh, Mann. Pirlo, du fettes Stück Scheiße. Mauerst du eigentlich? Nö, eigentlich nicht. Ich spiele auf sehr offensiv, aber irgendwie ist das Lappen, Alter. Ah. Was? Hä? Was? So. Jetzt reicht's mir. Hä, was machst du jetzt? Rage Quit. Hä? Was tust du da? Natürlich nicht. Du hast Schnauze, oder was? Junge, ich mein, okay, was das denn? Jetzt kommt mein... Jetzt kommt nicht mein... Ich hab das nicht mal so Telly eingewechselt. Ja. Du hast keine Chance mehr auf Ausweichen hast du jetzt, Mann. Das Ballotelli am Ball. Boah. Scheiße. Er hat mal einen Traumpass, Mann. Traumpass. Mach nur von da! Bist du bescheuert? Mann. Alter, ich bin die wieder mit Juve. Die sind nur noch schlecht. Na, ich... Okay, danach machen wir andere... Äh, genau die gleichen Teams, bloß ich nehm Juve. Oder ich nehm Juve und du nimmst irgendjemand anderen und dann fischst ich dich. Warte, ich gewinne jetzt erstmal noch. Äh, ich mein, das Spiel ist ja noch längst nicht durch. Ich würde doch mit BK Hacken gegen dich gewinnen. Ja, aber nur weil du so'n OP-Torwart hast, der zählt. Kalk willst du, oder wie der Typ heißt? Ich glaube, wir machen mal das BK Hacken-Titten-Verein-Special. Ja, nicht Ballotelli. Ja, nicht Ballotelli, aber sehr gut. Na, sie kann machen, was er will, der kann nichts. Oh, shit! Oh, shit! Was, Ballotelli? Oh, war! Und steht er sicher. Halt, der ist ja strafreundvoll. Ich glaube, da muss ich dich auskontern. Ja, Hilfe. Wo steht da niemand hin? Ja, versucht doch, versucht er da links hinzuwerfen, ja, versuchst du. Oh, ich hab da oben, glaube ich, immer gesehen. Oh, Traum! Oh, war's ein Traum! Nein! Junge, das ist so schwarz, der weiß nicht mehr mal. Oh, Traum! Was? Okay, ich muss sagen, der war schon echt nice, der Kopfball. Ah! Nur noch schön, wenn der Schwarze den Ball angenommen hätte. Wer war denn das? Sag ich, Asamoah, oder wer? Ja. Oh, schöner Traum. Der wird nichts. Frecher Scheiße! Jetzt mal klären. Jetzt mal klären, hab ich gesagt, hörst du ja gut. Laufdurchfucht, äh, die Italiener, machen ein paar Handgesten. Das hilft immer. Fick! Irgendwie laufen meinen Typen immer am Ball vorbei, kommt jetzt mir das zuvor. Irgendwie sind sie zu blöd zum Kacken. Das ist traurig. Alter, wär der geil gewesen, ey! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich muss nicht wieder absteigen wegen Schiedsrichterschiebung. Also, vonmach andetigen.